SOMEONE HAPPEN SOMEONE Dieses Video soll auf gar keinen Fall den Konsum von Drogen unterstützen. Dieses Video dient nur zur Unterhaltung und soll keine Diskussion zu diesem Thema auslösen. Jeder hat seine eigene Meinung, ich persönlich kann nicht nur davon abraten, respektiere aber auch die Meinung der anderen. Mit Freundlichen Grüßen, King Can. Was geht? YouTube, what's poppin'? Falls du neu auf meinem Kanal bist, hi, ich bin Can was geht? In meinem heutigen Video werde ich meine Mama pranken, weil meine Mama, weil mir letztens meine Mama gesagt hat, dass ich langweilig bin. Meine Mama hat zu mir gesagt, ich bin langweilig und meine Pranks sind langweilig. Also habe ich mir etwas ausgedacht, was meine Mama am meisten hasst und das sind Drogen. Ich meine, es ist auch gar nichts Verwerbliches dran, ich bin auch gegen Drogen, nehm keine Drogen, Leute, nehm keine Drogen. Vergesst auf gar keinen Fall meinen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr mehr Pranks sehen wollt. So Leute, dann würde ich schon sagen, let's do it. Let's make it. Let's do it. Bevor ich anfange mit meinem Video, hier ein kleiner Rückblick. Previously. Oh mein Gott! Oh Gott, aber dies reicht! Oh Gott, aber dies reicht! Oh Gott! Oh, ist das noch ein Video? Oh Gott! Oh, hier? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, aber dies reicht! Wie ihr gerade sehen konntet, habe ich meine Mama sehr oft geprankt. Aber wer ist eigentlich meine Mom? Ladies and Gentlemen, meine Mom. Forever 18. Was meine Mom wohl am meisten hasst, müssten eigentlich Drogen sein. Und da ich in meiner Kindheit immer der Vorzeigesohn bin oder war, werde ich heute den Bad Boy raushängen lassen. Denn ich lasse es ihr heute glauben, dass ich Drogen nehme. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Step 1. Finde irgendein Gewürz, das ansatzweise aussieht wie eine Droge. Step 2. Schmier die Zitronensaft in die Augen und bereue es danach. Und Step 3. Verarsch deine Community auf Snapchat. Step 4. Warte auf das Opfer. Warte auf das Opfer. Warte auf das Opfer. Warte auf das Opfer. Zudem Zeitpunkt ist mir aufgefallen, dass ich noch bei meiner Mama lebe und ob das eine gute Idee war. Ich will nicht mehr auf das Opfer. Tschöne, wo geht es? Tschöne, wo geht es? Ich will nicht mehr auf das Opfer. Ich dachte, du musst länger wegmachen. Ich will nicht mehr. Tschöne, kannst du mir nicht mehr gehen? Tschöne, wo geht es? Tschöne, wo geht es? Mama, Heike Serpö, ist so egal. Was denn das? Was bedeutet Heike Serpö an? Heike Serpö an? Heike Serpö an, ne? Nehme ich ja für Heike Serpö. Jeder, Mama. Ganz ehrlich, jeder ist es für jemand. Nicht jeder, weil er Freude macht es. Was? Was machst du mir mit Freude an? Was soll das so schwer kommen? Was soll das so schwer kommen? Was soll das so schwer kommen? Warum schwirr? Eine Heike Serpö, das ist halt so schlimm. Don't do drugs, kids. Sie sagen wir Sprecher. Sie sagen jetzt wir Sprecher. Sie sagen. Sie sagen. Sie sagen. Wie alt bist du oder was machst du? Das interessiert mich nicht. Sie sagen. Das ist so unnötig. Ganz ehrlich. Heike Serpö. Was? Für was? Für was brauchst du? Ich hab Stress. Für was? Ich hab Stress. Für was? Ich hab Stress. Jeden Tag schneide ich Videos. Bearbeite Fotos. E-Mail. Hier. Telefon oder da. Das ist so. Mama Heike Serpö. Ich hab Stress. Ich hab Stress. Ich hab Stress. Du denkst du keine Wider. 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 Du hast keine Wider. Was willst du? Was? Was heißt? Ich schwör. Was heißt? Jan, sitz da. Ich schwör. Machen wir das mal. Zeit wann? Zeit wann? Zeit wann? Nicht mir. Zeit wann, Jan? Das ist einfach nur peinlich. Ich bin es weinzwang. Ich kann doch holen. Was ist das alles? Das ist halt so schlimm. Brauchst du gerade auch. Jan, warte mal. Wenn du das nicht auslässt, Jan. Jan, auslässt, Jan. Ich geb's dir frei. Jan. Und du Korrechtsprecher. Du brauchst nicht lachen. Jan. Du brauchst nicht lachen, Mia. Was ist denn das nicht scheiße? Wo bist du da? Ich weiß es, wenn du nicht übertreibst. Was? Kannst du mir erzählen, mit der ich was übertreibst? Was? Ja. Ich bin die YouTuberin. Mach das. Ich bin die YouTuberin. Hammann, du dein K Bravo. Mann, Mann Mann. Ach. Es ist zu gleich. Ich bin die Crystalin. Aua. Es ist zu klein. Mach mit. Es ist zu klein. Das sind deine Kräucher, Mann. Was schlägst du mit? Du Akkro-Tante. Baa. Ist dein Kräucher, Mann. Oh mein Gott, ich glaub mir nicht, da ist ne Kamera, da! Kamera? Geh in das an! Geh in das an! Geh in das an! Geh in das an! Du warst heiß, aber ich schwöre, dass du das raus hast, Mama! Oh shit, sie is mad! Mama! Ich bin der letzte Mama, der Drogen nehmen würde, das weißt du! Ganz schnell möglich, du um sie an Hamburg, ich hab's rufen! Ich ziehe am 1.4. Oh, ein High Five! Bro! Keep it! Mom! Weißt du, ich sit da, guck mal! Ich bin so, lass mich rufen! I love you! Was? Mit den Fingern! Kannst du dich daran erinnern, gesagt zu haben, dass ich langweilig bin? Kannst du dich daran erinnern, das hast du gesagt, weißt du das noch? Bin ich immer noch langweilig, Mom? Nein, das kommt nicht YouTube! Warum kommt das nicht YouTube? Jeder denkt, ich bin Barbara türkische Mutter! Mein heutiger Shoutout ist die Luisa. Luisa, vielen, vielen Dank, dass du die Notifications auf meinem Kanal aktiviert hast. Falls du auch einen Shoutout willst, musst du auch meinen Kanal abonnieren, die Notifications aktivieren, zurück zu diesem Video kommen und in die Kommentare gemacht und deinen Instagram-Namen schreiben und so einfach ist es ein Shoutout zu gewinnen. Ich hab vergessen zu atmen. Hahaha! Nein, das kommt nicht. Oh! Oh! So Leute, das war's auch schon mit meinem Video. Hoffe, ich hoffe, ich knie gerade, das sieht man nicht, aber ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn nicht, dann werde ich durch diesen Bildschirm steigen und dich einfach einmal quer durch den Boden ziehen. Okay, also like dieses Video. Falls du Bock auf mehr hast von meiner Fresse und das hast du auch auf jeden Fall, dann kannst du jetzt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Hat irgendjemand da draußen eine gute Prank-Idee, weil mir langsam die Ideen ausgehen? Den können sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Der Gewinner kriegt dann auch, äh, ein Präsentkörbchen. So Leute, dann würde ich schon sagen... Oh, freut mich auf Instagram, weil ich da Vollerball verliere. Wir sehen uns nächste Woche, meine kleinen Bitchitos. Bye! Das war so ein scheiß Outro, aber scheiß drauf. Okay, wir scheißen jetzt alle drauf. Like dieses scheiß Video. Bye! Like us, bye! Bye! Bye!